So, äh, siehste, ich könnte meinen Ton hoch, ich könnte meinen Ton noch ein bisschen hochdrehen, da ist so leise. Ja, 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 ich komme jetzt gleich vorbei. Okay. Einfach... Mit dem Typ schon gequatscht, gerade eben. Ich habe mit noch niemandem gequatscht, ich habe nur mal kurz geschaut. Ich muss erst mal suchen, wo der Vogel ist. Erdm, Relais, Escape-Tation, äh, Escape-Schnellreise-Tation. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, wie meine Lens jetzt funktioniert. Weil ich hatte ein bisschen gebastelt, um zu schauen, falls die de Brahma zu weit runter senken, äh, was ich als Versatz nehmen könnte. Hm. Ich würde dann erstmal hier diese ganzen Schlüsselmissionen abhaken. Jetzt muss ich erstmal in, achso... Äh, ja. Schnellreise-Tation, wo steht... Ach ja, da steht ja oben in seiner Konklave, irgendwas. Ja. Und dann muss ich erstmal voll zu Lüsten lassen. Ja. 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 Mach mal wieder sie. Dannst du mir was dugerst. Assisi-Less nicht nicht. Ich bin kein Schlüssel. Aber ich bin nicht. Aber ich bin ja nicht. Ich bin ja echt die selbe, die Leute zu hören. Äh, nicht mal. ach so kannst du dich am ende nur als technischen verkleiden haben wir hier am besten und arbeiten uns durch frag erst mal durch 125 wunderbar da durfte mein ganz kleiner der ersten missionen kann schon wahrscheinlich schwere kaliber einbauen die art of combat must be practiced to truly master the canvas of war ich habe naja weil die ja neu installiert hast ja mich die ganzen einstellungen wieder mal so oft ist reich wo sollen wir denn nehmen den ist gerade beschießen durch die eigene zieler ach so ich hatte ja meinen leidens auch zurück das könnte ich dann auch mal leveln jetzt hast du es mist vier ab I am no- Detecting signs of a Juggernaut. Move on, you are safe. das ist ja voll daneben da meine viel meine sechs pfeile das ist ja Ja, irgendwie. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Achja, hast du schon das Wayfair-Ding mitgekriegt? Ja, Wayfair, die haben hier, da ist es jetzt durch Twitter und so gegangen, weil die haben da so ganz simple Schränke für teilweise 10.000 Dollar. Und dann sagen die quasi eins vorrätig und diese Schränke haben dann von Namen her dieselben Namen wie vermisste Kinder. Ach so. Und da ist dann auch einigen beiden Kissen aufgefallen, die kosten so 60, 70 Dollar. Und in dem Moment, wo die dann irgendwie personalisitieren, irgend sowas wie Veronika eingeben oder so, irgendwelche Mädchen, springt der Preis plötzlich auf 10.000 Dollar und mehr. Na ja, irgendwie muss der Sex, glaube ich, gefüttert werden. Ach so, ich bin wieder im Verlegelände. Oder glaubst du, der George Doras füttert die aus Eigennutz? Füttert die anderweitig? Ja, und da haben sie die ganzen überteuerten Angebote runtergenommen, also komische kleine Gartenspieße, die normalerweise 20 Dollar kosten oder so, haben die für 10.000 Dollar und mehr angeboten. Und da hat Wayfair das alles runtergenommen und gesagt, ja, und wir haben da definitiv nichts mit Kindersexhandel und das ist alles. Ja, und da haben die sich jetzt ja schon mehrfach widersprochen. Ah, da sind mich durch die Medien gegangen, dass die eventuell über Wayfair, diese Online-Seite quasi in Menschenhandel, ab hier, äh, 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 die verdingen müssen. Hm? Gut. Ihr wollt, ihr wollt mich doch wohl verarschen. Ihr wollt mich doch wohl verarschen. Was? Ich bin gerade durchgefallen. Durch den Lift. Aha. Jetzt. Jetzt bin ich auch noch irgendwo. Ich hab' einen Stuck. Ich hab' mich einfach fallen lassen. Dann muss ich jetzt nur den Lift wieder neu holen. Ich hab' mich einfach fallen lassen. Dann muss ich jetzt nur den Lift wieder neu holen. Dann muss ich ihn, wenn du so flach legen gelassen. Ja. Dann muss ich ihn doch flachlegen gelassen. Oh. wenigstens erstmal die ganzen anale level hier rausnehmen auch schon mal als nächster an der ist die torsion beam device but they've taken the black key Find it. You should have brought more, Tenno! You don't have enough. More bugs! More shiny birds! She will be remembered. Who will remember you, Tenno? Quick, pick up the key. Pick up the key. Now get back to the portal. You don't want to land a promise, but I have no problem. Most of them are in an exit slot. You don't want to be on this side of the portal when that key melts down. Tenno, you do not want to be on this side of the portal when that key melts down. Enemies, prepare to be hammered in your reproductive organs. Yeah. Feet. I'm not actually sure to go where I'm going. Objective complete. Key and tool. Device are out of commission. The enemy will not be returning any time soon. Tenno, there are still undiscovered high caches in the area. Es ist mir gerade wiedergegangen. Das war's.